In dem folgenden Video sehen Sie eine Abfolge verschiedener Anwendungen einer Heizet S720T-Maschine der Firma CNC-Step zur Herstellung verschiedener Ersatzteile aus Messing, Aluminium und Carbon für den Zusammenbau von Slot Racing Cars im Maßstab von 1 zu 24. Die Maschine arbeitet mit höchster Präzision, was den späteren Zusammenbau der Einzelteile sehr leicht macht. In der Inventor-Animation sehen Sie die Einzelteile, die gefertigt werden. Wir beginnen zunächst mit einer Gravur. Die Gravur wird mit einem diamantbestückten Stichel ausgeführt. Die Gravur wird mit einem diamantbestückten Stichel ausgeführt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man sieht hier sehr schön den Kunststoffadapter, an dem für die Staubabsaugung jeder handelsübliche Staubsauger angeschlossen werden kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020